Ja, sicher. Warte mal, ich gucke einmal kurz auf meinen Dienstplan. Moment. Ja gut, sowas habe ich natürlich nicht. Feste Arbeitszeit, halb neun, vier, elf Uhr fünf. Ja, okay. Nee, alles klar, okay. Achso, ja, hier, und Schlüssel habe ich auch schon hier. Ah, cool. Ich habe auch einen, aber meine sieht anders aus. Okay. Ich habe den goldenen Schlüssel zum Tor gekriegt direkt. Ah, okay. Zur Begrüßung auch ein paar Fackeln, falls man dunkel wird. Ah, ist ja schön. Ja. Nee, finde ich jetzt mal gar nicht in Ordnung. Ich finde das eigentlich gar nicht schön. Ja, sollte mich jemand zugreifen, kann ich mich auch nicht an. Ich habe keine Fackeln bekommen. Ich habe keine Fackeln bekommen, verdammte Scheiße, ihr weiß denn hier, los. Ja, warum sollte sowas passiert in meiner Arbeit, damit ich den hier einsetzen? Was ist denn da drin? K.O. Dinge? Solltest du mir ganz hart kommen, dann passiert auch sowas hier, zack. Der Kameramann brennt. Löscht. 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 Hört ihr hier. Ein golden Apfel von mir. Ah, okay. Ich habe es schon. Okay. ja ja ich kann mich nicht beklagen ich bin echt zufrieden ich freut mich freut mich wirklich so gut geht jetzt noch was ich mir noch eine frage ist jetzt so hast du schon mal irgendwie geschrieben oder so nein noch gar nicht ich warte erst mal den ersten schultag ab hallo was ist denn am 15. september so ein quatsch kein plan irgendwie so war glaube ich